Musik Nächster Weg schaffen wir sie zum Strandwagen im Sportwagen und zur Station Natur und Umwelt für Ausschuss. Musik Wirklich jemand aussteigen? Hallo! Ah, vielleicht muss ich. Ja, wobei, ich fahre an einem Montag, vielleicht muss ich arbeiten. Musik Wieso denn hier mit einem Gelenkbus? Das ist doch eigentlich ausreichend, wenn man hier mit einem Solo-Bus geht, wie es hier so ist. Ich fahre an einem Solo-Bus und es ist recht ausreichend. Ich roll. Hm? Ja. 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 Hallo. 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 Ich wollte warten, bis grün ist und dann losfahren. Ja, das hat jetzt. Und ich nicht. Achte vor allem. Nächster Halt, Fasenschel. Bravo. Nee, wir fahren nicht auf die Autobahn, das ist noch eine Landstraße. Äh, ist das ein Landstraßenschild? Und das ist jetzt... Vielleicht nicht, ich fahre. Okay. Okay. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020